Hallo meine lieben Samurai Kids, hier ist eure Kuhai Henna. Ich wollte euch nur Bescheid sagen, dass wir Samstag immer unser Zoom-Training haben, doch diesmal wird es ein wenig anders ablaufen. Denn der Shian wird uns ein paar richtig coole Zaubertricks zeigen und wir können uns über unsere Lieblings-Superhelden oder unsere Lieblings-Kinder-Filmstars unterhalten, damit wir ein wenig Abwechslung reinbekommen. Ich hoffe, ihr schaltet alle mit rein, damit wir zusammen ein wenig Spaß haben können. Wir sehen uns, bis dann!